Es wird eingekauft. Markt. Es wird eingekauft. Es gibt Schnaps hier, guck. Krapa. Da gibt es alles hier, guck. Krapa. Krapa. Alles frisch. Alles frisch. Alles frisch. Krapa. 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 Ein Kilo. Krapa. 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 Honig. Alles frisch. Eier. Da gibt es viele Obst. Guck mal. Boah. Krapa. 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 Hier drüber geht es weiter. Aha, Megali Vrisi ist auch da. Geht die Megali Vrisi? Eier, Vögel, ich glaube die sind auch in Aktionbülle auf dem Stand. Da gibt es schöne Oliven. Oliven alle Arten. Und jetzt kommen wir zum Fischmarkt. Ah, da ist der Fischmarkt. Ah, ich muss ja bei meinem Freund vorbeigehen. Das ist auch was. Der hat alles ausgekauft. Savidis, gehen wir zum Savidis mal. Da ist was los hier. Mittler auf dem Markt. Da ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Mein Freund. Video. Ja, Video. Ja, Video und da ist ein Magazin. Ja, Video und da, so und auf dem Magazin. Ja, das ist mein Freund. Das Leben auch nehmen wir hier am Markt. Jetzt laufen wir vor dem Rathaus um. Da haben wir ein bisschen Aufnahmen vom Textilmarkt. Jetzt auch alles hier. Die Kleider und Amarenda gibt es auch hier. Amarenda, Yasa, Stikaname. Schu! 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 Hier sind wir direkt vor dem Rathaus. Da ist der ganze Textilmarkt hier. Ich versuche immer Leute auszublenden, sonst kriege ich nur Schwierigkeiten. Kleider, Kleider, Decken, Bettdecken, Tischdecken, Schuhe. Alles da. Schuhe aller Größen. Kinderschuhe, Sportschuhe. Hier hinten ist noch ein bisschen Fischmarkt. Kapi, Gimus, Kapi, Kilgis. Hier gibt es Blumen. Viele Blumen, Kunstblumen. Porzellan. Viel Porzellan, Bilder. Schön. Jetzt sind wir wieder an der Ecke, wo es hoch geht. Richtung Kristina ihrem Stand. Ja, komm. Ja, komm. Alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Na gut. So, jetzt haben wir alles heute aufgenommen. Die letzten Meter vorbei. Wir haben viel Obst. Viel Obst. Schuhe. Viel Schuhe. Guck mal. Und. Gemüse. Eier. Ah, da sitzt sie. Ah! Ah! Da sitzt sie. Ah! Da sitzt sie, guck! Ah! Da sitzt sie. Ah! Banna ihr Sumella! Eier. 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 Da hat aber in Kristina ja auf dem Stand gelandet. Das ist der Elegel. Kannst du ein paar Paße? Das ist ein Paße. Es ist ein Paße. Das ist ein Paße.